Um mit dem Feldsanitäter von Level 6 auf Level 7 zu kommen, müssen wir 40 Gegner mit einer Feuerwaffe töten, 2x3 Gegner in weniger als 3 Sekunden töten, 2x3 Gegner mit einer MP ohne nachzuladen oder die Waffe zu wechseln töten und einen Gegner mit einem beliebigen Sprengkörper. Da ersetzt sich doch mal gerade das C4 durch eine Handgranate und dann haben wir das auch schon gleich. Gut. Oh, hallo. So, immerhin haben wir das eine. Ah, komm, machen wir mal. Vielleicht kommen wir ja wieder hoch vor der andere da. Nein, nein. Scheiße, scheiße, Feindkontakt, Köpfe einziehen. Warum habe ich kein Schalldämpfer drauf? Warum habe ich kein Schalldämpfer drauf? Gut, ich meine, der hätte mir jetzt auch nichts genutzt, der Schalldämpfer, aber... Das wankt so brutal, wenn man schwer verletzt ist. Aber gut, aber wir haben die erste Herausforderung. Mit dem Sprengkörper haben wir. Gut, dann geht es jetzt weiter mit unserem coolen Dude. So, hier vorne gibt es bestimmt ein paar Gegner. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ist aber auch egal. Tut ja nichts zur Sache. Wir müssen ja nur Gegner töten, mehr oder weniger. Das waren noch mal zwei. Moment, sind wir da? Ja, wir sind da, wo wir schon mit dem Sturmsoldaten so viele Herausforderungen gemacht haben. Ich lade mal nach. Das Magativ müsste bald leer sein. So, das war das. Wo ist der? Ach, da ist er. Ich wollte ihn gerade zuerst mit dem Nahkampf nehmen und dann dachte ich so, nee, Nahkampf ist kein Herr. Also, soll ich nicht? Nahkampf soll ich nicht machen, weil zählt ja nicht. Das soll ja mit einer Feuerwaffe sein. Da fällt mir ein, ich weiß gar nicht, wodurch ich die Klassenfähigkeit vom Sanitäter hochlevel. Schauen wir uns das doch mal gerade an. Tötungen und an Drohnen angerichteter Schaden. Teammitglieder wiederbeleben und Tötungen durch Teammitglieder. Ja, toll. Bleibt mir also nur Tötungen und an Drohnen angerichteter Schaden. So, was brauchen wir denn noch? Zweimal drei Gegner in weniger als drei Sekunden. Dafür würden sich Patrouillen eignen, wie immer. Und ansonsten halt 29 Gegner. Das war zwei. Stell dir vor, du... Nö, stell mir gar nichts vor. Auf dem Balkon stehen zwei, glaube ich. Also war damals zumindest da. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich hab... Hab ich ihn getroffen? Ja. Oh, ist das ein Stein. Ein Stein. Einfach mal durchgehalten. So. Da kommt ein Heavy. Angewackelt. Ja, wir sterben gleich wieder. Ich muss mir mal eine Spritze reinhauen. Gut. Hallo. Ich bin keine Missgeburt, du Missgeburt. Ich bin vernetzt. Nein. Ich habe keine Zeit zum Bluten. Oh, shit. Ach du Scheiße. Okay. Okay, das bringt nichts hier jetzt die Drohne einzusetzen und mich wiederzubeleben, weil... Oder? Ach komm. Oh, oh. Scheiße. Jetzt verteilen die sich da rum. Na klasse. Das wird nichts. Ich habe noch zwei mitgenommen. Zwei haben wir noch mitgenommen. Ja, wie viel brauchen wir denn noch 13 Gegner töten und immer noch zweimal drei hintereinander. Würde ich mich mal auf die Suche nach einer Patrouille machen, glaube ich. Ich meine, wir brauchen nur noch 13 Gegner und... Ja, ja, sechs davon sind Quest quasi. Das sind nur zwei. Die nützen uns nix. Auto wäre ganz nett, glaube ich. So, grundsätzlich. So, grundsätzlich. Ein Auto. Bleib stehen, Auto. Du bist mein Auto, sobald ich den noch gekühlt habe. So, jetzt sind es noch acht, die wir brauchen. Steig doch ein. Ja, steig. Mein Gott. Also, kriegt den Fahrer raus. So. Ich weiß nicht, die Autos, die haben irgendwie eine übertriebene Drehzahl beim Rückwärtsfahren, aber fahren ultra langsam. Als würde man auf der Autobahn mit dem ersten Gang fahren. So kommt das rüber. Strand gibt es doch immer. Immer ein paar Patrouillen mit drei Leuten, oder? Und dem hier nicht. Uiuiui. Vögelein. Ah, da haben wir dreier Gegner. Wie es aussieht. Ich muss halt nur alle erwischen. Bleib stehen, Auto. Ich würde mich das ungern selbst überfahren. Danke. So, wir haben hier... Ah, guck mal da. Das waren einmal drei. So, brauchen wir noch fünf Gegner. Und da vorne sind die nächsten. Noch kommen da rennen wir gerade hin. Ach, guck mal. Und den habe ich nicht mal gekillt. Nein, den da. Jetzt ist er tot. Noch vier Gegner. Und dann haben wir es. Insofern war drei von den vier Gegnern in weniger als drei Sekunden töten. Natürlich nur. Es sind sogar genau vier. Eins. Zwei. Ich krieg dich da hinten. Vielleicht. Wenn ich glück hab. Ja, da ist jemand. Genau. Ja, genau. Rent ins Wasser. Und damit sind wir auf Rang sieben. Nice. Peace.